Guki! Kommandant Ambani! Wo ist Perry? Er wurde in einer der abgeschotteten Sektionen eingeschlossen. Zusammen mit der Wissenschaftlerin. Ich gehe und... Warte! Einige unserer Leute sitzen in Decksfest in die tödliche Strahlung eintritt. Wir brauchen dich für unseren Evakuierungsplan. Scha! Wohin wollt ihr womit evakuieren? Habt ihr ein Beiboot repariert? Wir haben alle Schutzanzüge. Du könntest uns im All absetzen, so weit weg von der Sonne wie möglich. Klingt nach Spaß. In Ordnung. Verteilt die Rettungsringe. Wir gehen über Bord. Das sollte reichen. Wir nehmen noch ein paar Mikrobomben mit. Sicher ist sicher. Mikro? Wir haben mehr Sprengkraft, als der Name vermuten lässt. Was ist mit Fernsehen dann? Alles dabei. So. Okay. Bist du sicher, dass du mitkommen willst? Es ist eigentlich ein Job für Roboter. Und, haben wir Roboter in dieser Sektion?